WDR mediagroup GmbH 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 Ja, dames und heren, der Olympische Flach ist hier gesponsloken, Paris ist da gläufer, der Athleten sind da gläufer, der Olympische Komitee ist da helemaal gläufer. Nou, und ich bin intussen mal gläufer, ich habe zu trinken. Ich habe mit Ease, das liegt hier mal in Finse-sauna. Und, übrigens, sind die noch nicht gegossen? Ja, oder sind die Bahn noch an Dweilen? Ja, dann gehen wir wieder nach Paris, denn die Openingsceremonie steht auf dem Punkt um zu beginnen. Ja. 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 Das war's. 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 Ich hab sie alle, 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 ich hab sie alle. Ja, wir haben alle gute Gewichten, die Hertenbrotten, aber als wir auf die Programme gucken, können wir durch Center Court, auf Top Tennis, gemeen Dubbelnames & Heren, und wir stehen vlak für Besporn, dus es wird hartstikke spannend, Rudolf ist natürlich wieder Platz. Herr Draco. Ergh! 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 Ja, meine Damen und Herren, meine Amerikasche Couples, Shirley McFlugby und meine Partnerponer! Wir haben die erste Reihe mit der Kiegesloos. Ha, ah! Oh, in der ersten Set, wir hatten viele Aces. McDonald, ha, ah! Wir haben die Törik und Tö, ah, ah! Ein Tun! How do I do much now is to getrocky? In the time when I let the Humildes pelten off the baseline! Ah! Ah! Ma, they're prep for me! They must have a cocktail of shit! Shit, eh? Shit! They have to be a langer olemn, Mr. Spott! Ja? What? How long did you do that for 4 years? Sorry, I'm going to have a drink at the studio, I'm going to have a drink at the studio. Sorry. Goeiediend... Goeied exclenaar! End react. What's the situation about the windмуysse? I set the boat! I set the boat! You set the boat? That's how I need to Wizard! Go for the boat! Sandra got out the ship! How long did you go ahead? I do not... Of that... The boat! The boat! The boat! The boat? About ship? Ich mag das nicht wirklich gut finden. Ich mag das nicht für sie nicht. Ich würde es vielleicht nicht glauben, aber ich habe nur ein Pien und ein Vögel von dem Rohir. Ok, aber wie wäre es dann auch gekommen, um zu wollen Rohir? Ja, ich könnte auch meinen Pauers. Die sind die Uhr noch mindre als eine halve stopt, oder sind die? Ich sagte, ich will Diergegen oder Padellen. Oh, da haben sie mich in die Boot gekauft. Ich sagte, ich hatte mal Lekker Padellen, joh. Ja, ich fühl mich nur an, weil ich mich in die Boot. Ja, das ist zu sehen, joh, das ist eh... Ein Ier, ein Ier. Ja, man, ein Passie mit dem Athleten in Paris, he. Oh, Passie, das ging nicht noch gar zu knagen. Ein bisschen Röckwurst von den Dunox, mit Kappes. Ja, dann gehen wir nach Paris, nach Fonoconnel, in Judo, Damen und Herren. Ja, das ist 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 ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Wow, Entspanzen wir, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ciao, enjoy! Hier, mit der ersten Reaktie. Ich will eerst eine 20-jährige Drogen, aber dann bedank ich mich und will ich auf Leven Nubel 78 probieren. Ich will auch auf Nummer 78 probieren und dann muss ich ein bisschen zu dreven werden, auf Nummer 32 und dann will ich doch nehmen auf Nummer 17. Mit Witte Ries Mit Witte Ries Mit Witte Ries Witte Ries Ja, ja, ist gut, ok. Ich krieg da ein seintje von Witte Regie Wir müssen in live Verbindung mit der Schweizer Jury in Stockholm. Ok, hier in Stockholm. Der erste Witte Ries Mit Witte Ries Italien Der erste Witte Dijon Franky Anderu Der zweite Witte Witte Ries Dijon Noe Nummer 1 Dijon 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 Vang Bi-IR Tonka, was ist passiert? Sie lassen den Biceps? Nee, nicht den Biceps. Nee, nee, nee. Deboe verweigte sie? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. En niemand kan het dan uitpakken. Nee, nee. Los van die bonen soepen, bonen soepen. Gister bonen soepen. Lekker maar. Ja, wat een teleurstelling beste keepers van deze atleet uit Serviën. Hij is echt zworsjes voor hen natuurlijk. En dat is wel een afschuldig jaar genoten. Ja, ho, 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 ho. Hallo, lief Gotti, leite! Huh? Hier is der Ludwig von Zwaffelen wieder. Ja, liefst er een lange kloren leven. Het gaat beginnen! Ja, 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 ja. Vier, die beste. Twee jaar te vrug. Ja, ja, Sophie. Twee jaar te vrug. En voor twee jaar, pas in Milaan, zeg. Gott verdumme. Gott verdumme. Ja, 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 ja. Gott verdumme. Ja, 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 ja. Gott verdumme. Ja, de bekant dat warchту werd gelp in Marie Vy uniformly. Hij wacht het hier ongeveer. Maar ik dacht der allemaal, ik dachtdien, echt hoor. Want mijn pap zag vruggen nog doen. Zwość u niet dingen door republican. Ja. Maar ja, ik raad, misschien het zwijt te werken. Dat vind ik origin есть eigenlijk wel schapkig. Of de zwijt heb ik gezien ook gesproken, hè? De chungen middag鍵. Zij gaan uit binnen boksen kijken. Kiep wat mijn med... Oh, was in der Westerling. Und die Vastekikern haben sie natürlich schon lange gesagt, Both an Stompi aus Südafrika und unsere eigenen Polk in den Knoppen aus Barsch. Willst du dich noch um eine Reaktion zu geben? Wel, ich hab ihm alle z'n Detteltjes aus z'n Beul geschlagen, he. Ja, das können wir mal so sehen, aber es hat eine Beulgung auf die Kutchen betreffend. Aber ja, für Leipzig wird die ersten Jahre gewonnen, Vloeibaar voedsel, herren Dankjewa. Ja, wir sollen wenig anders hier sehen, die uns das flink beruf können kriegen mit Sonnensport. En dann gehen wir nun noch ein Sport mit der echten Oudheit, als vorne atleet sind wir die Griekse discuswerper, Alexander Skouidi Discus. Alexander Skouiding Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig. Vielen Dank. Vielen Dank. Helfsteedentocht, houd ik eens mijn knieetje nog tegen haar kennen. Nou, gelukkig schreeuwe nu naar de ring. Het zogenaamde koningsnummer, de honderdmeidersprints. Tijd dadelijk op het puntje beginnen en we sluiten voor een laste keer over naar Parijs. Nog als het Rulof. Rulof, kom er wel in, jong. Ja, dankjewel. Welkom mee op de atletiek piste. En we gaan beginnen met het koningsnummer. Op baan 1, Choi Uchina. Op baan 3, Paulke Uchans. Op baan 3, Levensbinder en Stonka Utservië. Op baan 4, Derhutni Uwbostarik. Op baan 4, Alexander Osloot-Kriekenland. En natuurlijk, de grote favoriet van dit nummer, Motaar Zuid-Afrika. Zijn jullie te beklaven, jong. Op u plaatsen. Klaar. O, nou schrijf ik het. Ik schrijf hier met de zomer spelen. Wouw, ja! Applaus Wouw! Wouw!